Wann kann ich gucken? Nein. Und nicht schmulen. Achtung. Tata. Das hast du alles für mich gemacht. Es ist zwar nicht die Südsee, aber immerhin besser als eine Hütte in der Eifel. Du bist so süß. Für dich würde ich alles machen. Von wegen, du bist verrückt. Verrückt nach dir. Verrückt nach dir.